In der Folge 93 sprechen wir über 10 Tipps für Hochzeitsreportagen. Herzlich Willkommen in meinem Podcast. Mein Name ist Peter Sturm und ich bin dein Gastgeber und spreche über Themen wie Selbstständigkeit, das Fotobusiness, die Fotografie und Bildbearbeitung. Viel Spaß! Du hast eine coole Kamera, großes Objektiv, du hast Freunde. Ja, dann wird es dir wahrscheinlich auch schon so gegangen sein, dass dich Freunde, Verwandte, Bekannte, Arbeitskollegen gefragt haben, du hast auch eine tolle Kamera, kannst du nicht unsere Hochzeit begleiten? Und auf der anderen Seite, klar, fühlt man sich geschmeichelt. Auf der anderen Seite wächst natürlich innerlich auch der Druck, da man weiß, da sollte ich wirklich keinen Fehler machen. Und falls du jetzt am Start bist, am Anfang bist, der Hochzeitsfotografie, vielleicht zwei, drei Hochzeiten begleitet hast, bist du höchstwahrscheinlich froh um diese Tipps, die du jetzt von mir bekommst. Falls du schon ein alter Hase oder Häsin bist, dann gibt es vielleicht gewisse Dinge, die du hörst, wo du sagst, okay, könnte ich eigentlich das nächste Mal vielleicht nochmal optimieren. Und ja, wir steigen glaube ich gleich ein, einfach so als Reminder. In der Folge 28 habe ich schon mal einen Podcast aufgenommen, so gelingt der Einstieg in die Hochzeitsfotografie. Wenn du schon Werbung machst für Hochzeiten, dann habe ich in der Folge 50 darüber gesprochen, wie du kein Geld verbrennst als Hochzeitsfotograf, Fotografin. Und heute eben, wie gesagt, geht es um zehn Tipps für die Hochzeitsreportage. Und wir starten mit Tipp 1, der richtigen Vorbereitung. Und ich kann dir wirklich sagen, wenn du gut vorbereitet bist, kommst du entspannter zur Hochzeit, hast weniger Druck, bist nicht so nervös, was sie auch aufs Braut bei sich, wenn du nervös bist, werden sie höchstwahrscheinlich auch eher nervöser werden. Das heißt, je besser du schon in der Vorbereitung weißt, was passiert an diesem Tag, auf was solltest du achten, wie ist ungefähr der Ablauf, desto einfacher wirst du es haben. Dass du hundertprozentig schon am Tag davor sicher bist, du hast alles eingepackt, du hast Ersatzkamera, du hast Ersatzakku, genug Chipkarten dabei, du hast was zu trinken dabei, du hast eine Sonnencreme dabei, einfach all lauter Dinge, die dir das Leben erleichtern, die erwartet werden, wenn du Hochzeiten fotografierst. Und ich glaube, es ist das Schlimmste, wenn du morgen ankommst, an die Hochzeit, du bist vielleicht eine Stunde gefahren und merkst dann, oh, oh, ich habe vergessen, die Akkus aufzuladen, oh, ich habe das Ladekabel vergessen oder irgendwas, wo du dich den ganzen Tag darüber draufregst, was eben nicht sein sollte. Mach dir eine Checkliste, wenn ich in eine Hochzeit gehe, checke ich das durch, habe ich wirklich alles in meiner Tasche, nicht nach Gefühl und einfach denken, ja, ich denke jetzt nochmal an alles, was ich brauche, sondern mach eine Checkliste. Jeder Pilot, der auch schon 30 Jahre fliegt, macht bevor er abfliegt, immer physisch auch die Checkliste. Tipp 2, sei am richtigen Ort, mit dem richtigen Equipment, mit der richtigen Ausrüstung. Da geht es darum, dass, wenn du den Plan ungefähr weißt, du weißt, aha, jetzt ist die Kirche, jetzt geht es vielleicht in den Tanzsaal rein, jetzt geht es in den Raum, wo gegessen wird und so weiter, dann überleg dir vorhin schon, okay, in diesem Raum, wo lauft das Brautpaar rein? Was passiert? Wo passieren die wichtigen Dinge? Welches Objektiv kann ich überhaupt hier einsetzen? Das heißt, wenn die Kirche ganz klein ist und du arbeitest mit einem 70-210 mm Objektiv, dann wirst du Probleme haben, also dass du dir im Vorfeld überlegst, wo ist der richtige Ort an dieser Location, wo beherhalte ich die besten Bilder und aber auch, mit welcher Ausrüstung muss ich hier an dieser Location vorwiegend arbeiten? Das ist auf alle Fälle das Hauptobjektiv, wo du sagst, okay, da kriege ich jetzt alles rauf, ich kriege mal ein weitwinkeliges Bild rein, ich kann vielleicht mal ein bisschen näher heranzoomen und so weiter, dass du einfach an solche Sachen denkst. Dass du unbedingt, Tipp 3 kenne, unbedingt den Ablauf, also dass du wirklich nicht irgendwie am falschen Ort bist, ich glaube, das ist noch das Einfachere, aber was mir auch schon passiert ist, dass irgendwie noch eine Geschenkübergabe ist, dass irgendeine Überraschung ist, ein Hubschrauber landet, was auch immer und du weißt es nicht oder hast es nicht genau angeschaut und stehst dann irgendwie am falschen Ort und das ist das Doofeste, was man haben kann. Also überlege dir immer oder lerne den Ablauf eigentlich auswendig. Ich mache es auch immer so, ich gehe immer zu den Trauzeugen und sage, du, wenn irgendwas Wichtiges passiert, sag es mir bitte ein paar Minuten frühzeitig, damit ich das Objektiv vielleicht noch wechseln kann, damit ich das Equipment bereit machen kann, damit ich mich, ich sage jetzt, geistig darauf vorbereiten kann. Ich muss ja auch noch kurz auf die Pipi-Box, das wäre ein Doof, wenn genau dann das Brautfall mit dem Auto wegfährt. Das Auto ist ein Ding, also je besser du den Ablauf des Tages kennst, ich drucke es auch immer aus, habe es immer bei mir dabei, dass ich wirklich weiß, aha, als nächstes kommt das Auto, als nächstes gibt es, gibt der Vater, spricht davor den Gästen, was auch immer. Also kenne wirklich den Ablauf und denke nicht einfach, ja, ich bin ja dabei, ich weiß, was läuft. Das ist meistens der falsche Ansatzpunkt. Überlege dir die richtigen Einstellungen, und du schmunzelst vielleicht und denkst, ja, das ist ja logisch, oder? Aber, ich sage, ich fotografiere anders, wenn ich jetzt in der Kirche fotografiere, als wenn ich draußen, ich sage jetzt, den Aperitif fotografiere, die Feier fotografiere. Das heißt, ich überlege mir vorher, als ich arbeite zum Beispiel jetzt in der Kirche, immer manuell. Also, das heißt, ISO, Blende, Verschlusszeit gebe ich manuell ein und arbeite in der Kirche immer so. Muss aber danach daran denken, dass wenn ich, wenn die Türe der Kirche aufgeht und ich gehe raus und die Leute stehen vielleicht schon draußen, die Gäste, und das Brautbau kommt raus, dass ab dort, wo die Türe aufgeht, das wird dann dementsprechend viel, viel heller. Draußen ist es auch viel, viel heller als in der Kirche. Das heißt, da muss ich daran denken, dass ich dann einfach halbautomatisch umstelle. Das heißt, wenn du das vergisst und du fotografierst in der Kirche, manuell gehst raus, willst fotografieren, dann sind alle Bilder einfach weiß. Das bedeutet, du siehst nichts von den Bildern. Deshalb überlegen, welches sind die richtigen Einstellungen? Was kannst du machen, um dir das Leben zu erleichtern? Das ist für mich jetzt einfach, dass ich weiß, in der Kirche habe ich immer das konstante Licht mit den gleichen Einstellungen. Draußen fotografiere ich vielleicht im Schatten, in der Sonne. Die Sonne ist in Richtung zur Kamera, in Richtung Rücken und so weiter. Und da ist es einfach für mich wichtig, dass ich weiß, welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit die Bilder zu 95% richtig belichtet sind. Auch wenn ich im RAW fotografiere, je genauer, dass du arbeitest, desto weniger Arbeit hast du nachher in der Post-Production. Weiterer Tipp, du bist nicht der Star der Hochzeit. Das bedeutet, arbeite unauffällig. Wenn du, ich sage jetzt, in der zivilen Trauung, im kleinen Raum vielleicht bist, im Gemeindehaus, irgendwo, dann schau, wo kannst du stehen, wo kannst du in die Knie gehen, ohne dass die Gäste immer dich als erstes sehen. Das heißt, immer sehr, sehr unauffällig, aber ich schaue auch immer darauf, wenn ich irgendwo bin, wo habe ich guten Zugriff, dass ich auf alle Fälle alles fotografieren kann. Trotzdem, wo kann ich stehen, dass ich nicht gerade störe oder der Star bin. Das geht auch weiter mit der Kleidung. Also das heißt, du musst nicht der Schönste sein in dieser Hochzeit, sondern du musst der Unauffälligste sein. Klar, man muss okay angekleidet sein, aber wenn du jetzt Fotografin bist, solltest du zum Beispiel nicht in Weiß erscheinen bei der Hochzeit. Wenn du als Mann kommst oder auch als Frau, wie auch immer, dann macht es, glaube ich, keinen Sinn, wenn du jetzt irgendeinen Totenkopf auf dem T-Shirt hast und so weiter. Also ich glaube, das ist logisch, aber habe ich alles schon gesehen. Deshalb, alles, was ich hier erzähle, auch im Podcast, sind lauter Dinge, die ich wirklich schon gesehen und erlebt habe. Also versuche immer, so wenig wie möglich, dass du der Star bist, sondern du bist eigentlich die unwichtigste Person, die man sehen sollte und schlussendlich dann aber die wichtigste Person, die alle Bilder im Kasten hat, die Erinnerung schafft und so weiter. Sei ein Teil der Gesellschaft, also auch das gehört ein bisschen dazu, auch sei nicht der Star, also nicht so, ich bin der Fotograf und ich bin so cool und ich habe schon 100 Hochzeiten, ich weiß, wie es läuft, bla bla bla, sondern sei ein Freund. Versuche mit den Leuten gut auszukommen, sprich mit ihnen, hilf älteren Leuten vielleicht einen Stock halten, über die Straße laufen und und und. Also immer dann, wenn du das Gefühl hast, ja jetzt kann ich auch mal eine Minute nicht fotografieren, dann schau, was du Gutes machen kannst, red mit den Leuten. Einerseits, klar ist das für dich eine Werbung, aber das andere ist, wenn die Gesellschaft dich als Freund sieht, als Teil der Gesellschaft sieht, hast du es definitiv viel, viel leichter bei den Hochzeiten. Das bedeutet auch, dass wenn du gut in der Gesellschaft drinnen bist, in der Hochzeitsgesellschaft, dann hast du es einfach mit den Gruppenbildern, da machen sie eher mit, dann stören sie sich nicht, wenn du vielleicht 20 Mal schon ein Foto gemacht hast und so weiter. Also sei immer ein Teil der Gesellschaft, heißt aber nicht, trinke mit der Gesellschaft. Also nur Freund sein, Helfer sein, sympathisch sein, freundlich sein, aber nicht ein Fester zu sein, nicht der Clown für alle zu sein. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Aber ich habe auch schon Hochzeitsfotografen erlebt, die waren um 5. Nachmittag schon leicht besoffen und ich weiß nicht, ob das für die Qualität der Bilder und für die Qualität des Images, ob das dementsprechend dann gut ist. Nächster Tipp, jetzt muss ich gerade überlegen, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, Punkt 7, also Tipp 7, sei früher da, also versuche immer, wenn du jetzt weißt, okay, ich fotografiere jetzt vielleicht in der Kirche, ich fotografiere in der freien Trauung, im Zivilstandsamt und so weiter, sei früher dort, einfach mal zu schauen, wie ist das Licht, was für ein Objektiv brauche ich, das ist auch wieder vom Tipp 2, dass du mit der richtigen Ausrüstung am richtigen Ort bist, also dass du dir einfach schon Gedanken machen kannst, was brauche ich hier, wo stehe ich, wo störe ich am wenigsten und so weiter. Und das kannst du nur dann machen, wenn du früher on location bist und du wirst merken, je weniger Hochzeiten du machst, desto früher wirst du wahrscheinlich on location sein, wenn du 100, 200, 300 Hochzeiten schon gemacht hast, so wie ich, dann reicht es mir meistens, ja, paar Minuten früher mal die Location kurz schnell reingehen, anschauen und schon erledigt. Aber trotz alledem, wichtig sei früher dort, um einfach darauf zu achten, einerseits, wo kannst du parkieren, wie ist der Raum, wie sind die Räume, was für Equipment brauchst du, was für Licht brauchst du, dass du nicht in Stress kommst, dass du auf alle Fälle pünktlich dann da bist. Also das sind so Tipps, also ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Versuche, wenn du die Reportage machst, auch darauf zu achten, was sind oder wer sind jetzt die wichtigen Leute auf dieser Hochzeit. Ich glaube, das ist klar, Hochzeitspaare sind wichtig, die Eltern, weiß man meistens auch noch, die Trauzeugen, aber es gibt ja vielleicht Oma, Opa, es gibt ja vielleicht einen besten Freund und das siehst du meistens bei den Gratulationen, wie intensiv wird gratuliert. Und bei mir ist es so, wenn ich merke, das ist jetzt, ich sage jetzt, ein toller Freund, der beste Freund, die beste Freundin, was auch immer. Also wenn ich merke, das ist ein besonderer Mensch für das Brautpaar, dann achte ich auch darauf, dass ich von diesen Personen, von Oma, Opa und so weiter, einfach mehr Bilder mache, als ich standardmäßig von den anderen Gästen mache. Ich sage immer, wenn ich Hochzeitsgäste fotografiere und ich habe von jedem Hochzeitsgast zwei, drei Bilder, die gut sind, dann ist das genügend. Man hat die Gruppenbilder, zwei, drei gute Bilder pro Gast erledigt. Wenn ich aber wichtige Menschen erkenne, dann gibt es auch mal 15 oder 20 Bilder. dann nächster Punkt, denke, aus Sicht Kinofilm und aus Sicht Geschichte erzählen. Was meine ich damit? Also versuche immer, wenn du jetzt die Bilder ja gemacht hast, komplett vom Tag, dann wäre es einfach ein Vorteil, dass du dementsprechend sagst, okay, ich mache eine schöne Diashow mit den schönsten Bildern, mit den wichtigsten Bildern und dann ist es auch wichtig, dass du natürlich eine Geschichte erzählen kannst. Das heißt, dass du darauf achtest, dass du nicht nur immer das Brautbord drauf hast, sondern mal Details, zum Beispiel die Ringe, Blumen, vielleicht Einladungskarten oder Speisekarten. Einfach, denk immer so, auch wenn du einen Kinofilm anschaust, siehst du vielmals, dass der Ort, wo gefilmt wird oder die Szene, man sieht immer das Komplette, also den ganzen Raum, dann sieht man eine Teilperspektive, vielleicht eine Person und dann sieht man aber auch Details. Da ist immer die drei Stufen, also acht immer drauf, wenn du fotografierst, dass du immer denkst, okay, jetzt wäre das schön, wenn ich das Brautbord vielleicht mal habe mit viel Umgebung, dann vielleicht mal das Brautbord näher ran und vielleicht dann nur mal die Hände, wenn sie sich halten, als Beispiel jetzt. Also versuche immer, an Kinofilme zu denken, immer die drei Perspektiven, und auch, dass du sagst, okay, mit den Bildern kann ich dementsprechend eine Geschichte erzählen. Das geht auch bei der Post-Production weit, ist jetzt hier nicht das Thema, aber wenn ich eine Dia Show zeige, dann finde ich es von Vorteil, wenn du nicht irgendwie zehn Presets hast in verschiedenen Looks, einmal Blaustich, Blauton drin, Grünton drin und so weiter, also achte darauf, dass auch die Dia Show eine Geschichte erzählt, aber nicht tausende verschiedene Looks hat, von dem her. Und dann noch der zehnte Tipp, verstehe das Licht und denke auch in Reflexionen, was meine ich damit, achte darauf, bei Gruppenbildern, bei Porträtbildern, wenn du den Ring fotografierst, wo hast du ein tolles Licht, wo hast du nicht viel harten Schatten, vielleicht irgendwie die Sonne, wo noch ein bisschen auf die Nase scheint von einem Brautpaar und so weiter. Also achte beim Fotografieren immer auf das Licht, auch bei Hochzeiten, nicht nur, wenn du Porträts hast und Zeit hast, sondern auch eben vor allem bei Hochzeiten. Achte darauf, dass das Kleid noch Struktur hat. Das heißt, ich habe die Lichterwarnung bei der Kamera immer nur bei Hochzeiten eingeschaltet, dass ich wirklich sehe, wenn das Kleid schwarz aufblinkt, dann weiß ich, ich muss die Einstellung nochmal optimieren. Und erinnere dich auch an Reflexionen. Also das heißt jetzt nicht, was ich damit nicht meine, ist unbedingt Glasspiegelungen, was natürlich auch cool ist oder sonst solche coole, kreative Dinge, sondern denk daran, wenn du das Brautpaar in die Wiese setzt, dass das Grün natürlich dementsprechend grün reflektieren kann, dass wenn ihr an eine Wand lehnt und die Wand ist irgendwie rosa, dass dann natürlich die Haut oder das Kleid auch dementsprechend rosa werden kann und so weiter. Also versuch, wenn etwas reflektiert, vom Boden rauf, von der Seite rauf, darauf zu achten, stört die Reflexionsfarbe eigentlich das Bild, das Kleid und so weiter. Also das sind so die Dinge. Also 10 Tipps, die du einfach oder gut umsetzen kannst. Denk an eine tolle Vorbereitung, Tipp 1. Tipp 2, sei immer am richtigen Ort mit der richtigen Ausrüstung. Tipp 3, kenne den Ablauf. Tipp 4, denk an die richtigen Einstellungen deiner Kamera, je nach Situation. Tipp 5, denke daran, nicht du bist das da. Tipp 6, sei ein Teil der Gesellschaft. Tipp 7, sei immer früher on location. Tipp 8, fotografiere wichtige Leute immer mehr als die anderen. Tipp 9, denke als Geschichte oder Kinofilm, also denke an die Geschichte und an das Thema Kinofilm. Und Tipp 10, verstehe das Licht, setze es richtig ein und achte auch und passe auf die Reflexionen drauf an. Und du wirst sehen, wenn du solche kleine Dinge, wenn du immer wieder dran denkst, irgendwann ist das so automatisiert drinnen, dass du einfach viel, viel lockerer, viel, viel besser an die Hochzeiten rangehst. Und je mehr du es machst, desto einfacher ist es natürlich. Aber ich kann dir auch sagen, auch nach der 200, 300. Hochzeit, ich bin immer noch nervös und kribbelig, vor allem vor Kuss und Ringübergabe. Das ist für mich immer, dass ich denke, okay, habe ich alles richtig, passt alles. Da geht mein Pull-Down mal leicht rauf oder ja, weiter rauf und sonst einfach Spaß haben. Denk dran, genug zu trinken, also Wasser zu trinken. Denk dran, Sonnencreme, Ersatzgeräte dran zu haben. Denk dran, dass es auch Leute gibt, die Equipment klauen. Also nicht den Rucksack irgendwo lässt und denkst, ja, 10 Minuten bin ich wieder da und die Hochzeitsgäste schauen schon drauf. Einfach solche Dinge. Also, wenn du noch mehr Tipps haben möchtest zum Thema Hochzeitsfotografie, dann kannst du mir gerne schreiben. Ich kann noch ganz, ganz viel folgen hier zu diesem Thema aufnehmen. Aber ich denke, jetzt mal 10 Tipps für die Hochzeitsreportagen bringt dich sicherlich schon ein Stückchen weiter. In dem Fall, ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Tschüss und ciao.